Lektion 30 30. Lektion Abschied Erster Teil Auch wenn es schwerfällt, sich vorzustellen, dass wir übermorgen schon wieder in Brasilien sein werden, so sind wir doch schon seit einer Woche mit Reisevorbereitungen beschäftigt. Wer hätte gedacht, dass in den letzten Tagen noch so viel zu tun wäre? Der Rückflug musste schon vor längerer Zeit gebucht werden, obwohl ich die Karten erst heute früh habe abholen können. Mit unserem Hauptwerk in Frankfurt hatte ich noch eine lange Korrespondenz sowie einige wichtige Telefongespräche zu führen. Wie Sie wissen, gelang es mir, die beiden gewünschten Techniker und Fräulein Stiegler als neue Sekretärin zu bekommen, so dass sich unsere schwierige Lage in Rio verbessern dürfte. Für Renate glauben wir, eine passende Schule gefunden zu haben, in der sie sich hoffentlich wohlfühlen wird. Sie hat inzwischen auch viele Freunde hier in München. Trotzdem werden wir natürlich schweren Herzens voneinander Abschied nehmen. Zweiter Teil Die letzten Stunden Sagt mir bloß, wie wir mit allem rechtzeitig fertig werden sollen, wenn ihr jetzt schon todmüde seid. Wovon sprichst du? Wir sind doch schon längst fertig. Und wann werden die Koffer gepackt? Du wirst dich wundern, sie sind schon alle gepackt. Während du auf der Bank und im Reisebüro gewesen bist, haben wir außerdem Frau Riemers Wohnung sauber gemacht. Und unser Geschenk für sie auf den Tisch gelegt. Was ist es? Eine Tischdecke und ein bunt bemaltes Holztablett. Sehr schön. Darüber wird sie sich bestimmt freuen. Franz rief vorhin an und sagte, dass er uns um elf Uhr abholen würde, damit wir noch zusammen bei Ihnen zum Mittag essen könnten. Und anschließend wollen sie uns dann zum Flughafen bringen. Wenn man so liebe Freunde hat, muss einem der Abschied ja schwer fallen. Frau Kühns letzte Ratschläge Du weißt gar nicht, Grete, wie froh ich darüber bin, dass Renate bis Ostern bei euch bleiben kann. Aber das ist doch ganz selbstverständlich, Lore. Auch in ihren Ferien und an den freien Wochenenden ist sie uns immer herzlich willkommen. Das ist wirklich nett von euch. Lass ihr aber bitte nicht zu viel Freizeit. Es schadet ihr nicht, wenn sie dir ein bisschen bei der Arbeit im Haushalt hilft. Darauf kannst du dich verlassen. Leider muss ihr das immer wieder gesagt werden, weil sie es gern vergisst und von selbst nichts tun würde. Vielleicht liegt das daran, dass sie sich für so viele andere Dinge interessiert, dass ihr wenig Zeit übrig bleibt. Manchmal wünschte ich, du wärst kein so seelenguter Mensch, Grete. Hab keine Angst, Lore. Es wird schon alles gut gehen. Am Flughafen Seht ihr? Jetzt scheint zu eurem Abschied sogar die Sonne. Man sagt ja auch ganz richtig, wenn Engel reisen, lacht der Himmel, nicht wahr? Ja, jetzt, wo der Frühling schon fast gekommen ist, wäre es besonders schön, wenn wir noch ein paar Wochen bleiben könnten. Das hättet ihr früher wissen müssen. Jetzt lässt sich nichts mehr daran ändern. Da hast du recht, Max. Kommt, lasst uns den Abschied so kurz wie möglich machen. Habt für alles herzlichen Dank und schreibt uns viel und oft. Ihr seid zuerst mit dem Schreiben dran. Von mir bekommt ihr nur jeden Sonntag einen Brief und erst dann, wenn ich von euch gehört habe. Wir gehen auf den Zuschauerbalkon hinauf und warten dort oben, bis euer Flugzeug abfliegt. Gut, dann sehen wir uns noch einmal. Bleibt alle gesund und vergesst uns nicht. Und vielmals herzlichen Dank für alles. Guten Flug. Gute Reise. Ja, gute Reise. Und recht bald ein frohes Wiedersehen. Ja, bestimmt. Danke und auf Wiedersehen. Dritter Teil. Abschied am Telefon. Und Herbert und Eva, habt ihr euch nicht verabschiedet? Doch, natürlich. Gestern Abend am Telefon. Fiel es euch schwer? Nein. Wenn man auf Wiedersehen sagt, ohne dass man den anderen sieht, ist es viel leichter. Der letzte Blick. Von dem Balkon aus lässt sich das Flugzeug ganz genau sehen. Gleich werden Sie einsteigen und abfliegen. Jetzt sehen Sie uns zum letzten Mal. Weg sind Sie. Auf Wiedersehen. Bis bald. Untertitelung.